Also ich erwarte mir, dass wir 2x45 Minuten spielen und ich glaube, dass die Partie 2-1 ausgeht für die Vorwärts. Ich schalte 3-1 für Vorwärts. Nein, wie gesagt, ein 2-1-Sieg war schön und ich hoffe auch, dass es so aufgeht. Wenn nicht, dann kannst du auch nichts machen. Die Welt geht nicht runter wegen deiner, aber es wäre halt schön. Ich tippe 2-0 für Vorwärts. Ich glaube, das wäre 1. Ja, klar. Unsere Nr. 8, Simon Kaspermaier mit Nr. 8. 1. 3. 3. 4. 5. 5. 4. 5. 5. 1. 6. 10. 6. 3. Ja! Oh, oh! Oh, oh, oh! Wow! Oh! Ja, ja, ja. Der Mann! Der Mann! Der Mann! Applaus Also, leider eine enttäuschende Niederlage heute. Zweite Halbzeit war jedoch, damit man es positiv rauszustreichen, um einiges besser als die erste. Was habt ihr da genau umgestellt? Ja, umgestellt haben wir eigentlich nichts. Wir haben so weitergespielt wie die erste Halbzeit. Das 1-0 ist halt verdammt bitter, wenn es dieser Stürmer so schießen wird. Da ist das wahrscheinlich gar nicht. Dann gehst du mit einem 0-1 in die Halbzeit, das ist für die Scherung wieder bitter. Aber die zweite Halbzeit kann man schön auftreten und dass es leider so ausgeht, ist sehr enttäuschend. Was kann man sonst in Zukunft noch ändern, damit man wieder eine Erfolgsspur fängt? Ändern? Wir müssen einfach so weiterarbeiten, wie wir es jetzt gemacht haben. Die Wochen haben wir gut trainiert, es kommt am Freitag weiter und dann nehmen wir mal für die 3-Punkte mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017